Ein herzliches Willkommen in der rollenden Disco von BMW, dem BMW iX mit dem Boris & Wilkins Sound System. Ein System, was gar nicht mal so teuer ist eigentlich für das, was es bietet. Und relativ nah ist an einem anderen teuren System. Kurz vorweg, der Test lief jetzt leider etwas anders als üblich, denn ich wusste vorher nicht, welche Medien es schluckt. Das heißt, ich habe es erst mal mit dem Telefon über CarPlay probiert und die Qualität da war leider gar nicht so gut. Also war klar, war okay, war mehr als okay. Aber irgendwie hat man gemeint, das kann es jetzt nicht ganz sein. Das heißt, ich habe jetzt noch quasi direkt Spotify angebunden und dadurch ist es etwas besser geworden. Aber, und die habe ich eben nicht dabei, weil ich nicht wusste, was es schluckt, diese Looseless kann natürlich sein, dass da noch ein bisschen mehr rauskommt. Und ja, das nur so als grobes Statement vorweg. Das heißt, es ist vielleicht nicht komplett vergleichbar mit den sonstigen Systemen. Es ist hier auch ein, sagen wir mal, eine Preview sowieso drauf. Die kann ich aber nicht abspielen, weil ich weiß nicht, von wem die kommt oder wem die gehört. Und die GEMA ist da ganz gerne mal schnell unterwegs. Die natürlich schon mal ein anderes Level widerspiegelt. Aber wir haben hier unsere Playlist, um das genauer zu vergleichen. Und kurz vorweg, es kostet 4800 Euro. Dementsprechend, ja, ich würde es mitnehmen. Es ist optisch sehr schön. Das Ambiente-Licht ist teilweise mit eingebunden. Und ich würde nicht sagen, es ist jetzt... Wir kommen gleich im Detail dazu. Sagen wir einfach mal so. Also, wir haben 30 Lautsprecher, viele davon sehr schön versteckt. 1615 Watt Leistung, zwei Diamanthochtöner, zwei Subwoofer unter der zweiten Reihe. Dazu kommen wir auch gleich. Und 4D-Audio mit zwei Shaker in den Rückenlehnen der Vordersitze. So. Diese 4-Day-Shaker kennen wir aus einem anderen System. Nennt sich Bohrmester. Die haben das allerdings auf allen vier Sitzplätzen gehabt. Und das ist jetzt für mich der erste Unterschied in positiver Hinsicht. Ja, es gibt es quasi nur hier vorne. Aber diese Shaker haben es geschafft, unabhängig der Musik, immer gut passend diese Vibrationen im Sitz wiederzugeben. Das heißt, beim Bohrmester-System, wer sich noch erinnert, hatte ich ja den Eindruck, es passt nicht zu jedem System. Und man muss das quasi an- oder abstellen. Und hier finde ich, man kann es auf Stufe 3 durchaus durchweg anlassen. Denn bei stark akustischen Versionen versucht es auch nicht irgendwie synthetisch irgendwie eine Vibration darzustellen. Sondern es merkt, da ist nichts. Das heißt, ich bleibe aus. Und dann auf anderen, sagen wir jetzt mal gerade die Hip-Hop-Richtung, drückt es einem ordentlich in den Rücken rein. Und irgendwo alles dazwischen ist es dann wieder eher sanft. Das heißt, man stellt zwar hier eine Stufe ein, aber diese Stufe bezieht sich dann eher auf das Maximale, was bei rauskommt. Wenn nicht der Bass da ist, dann wird das ordentlich synthetisch dazugegeben. Was bei dem Bohrmester teilweise der Fall war. Dementsprechend kann man es da nicht durchgängig anlassen. Und teilweise hat es beim Bohrmester ja auch nicht generell zu allem gepasst. Hier hat es zu allem gepasst. Aber da kommt gleich noch mehr. Dann, wie gesagt, zwei Woofer unter der zweiten Sitzreihe. Es gibt ja auch die Einstellung, dass man den Fokus auf die zweite Sitzreihe macht. Und es ist jetzt kein Luxus-Oberglasse-Fahrzeug, was den Fokus auf den Fond legt. Aber klangtechnisch schon ein bisschen. Denn da ist vor allem das, sagen wir mal, Druckerlebnis. Man hat zwar nicht die Shaker, wie sie jetzt hier heißen, in den Rücksitzen, aber da ist das Druckerlebnis von den Bässen deutlich intensiver. Also wenn man die Shaker jetzt quasi hier rausnimmt, hat man so genommen, 3D-mäßig, ohne 4D jetzt hier im Sitz. Hinten das bessere Bum-Bum-Erlebnis. Also sagen wir mal so. Dann war es so, dass von der Quelle her manche Sachen meiner Meinung nach einfach nicht in ihrer vollen Gänze wiedergegeben werden können. Was sehr schade war. Denn ich denke, zumindest vom Gefühl her, da ist noch ein bisschen Potenzial mehr da. Ah, übrigens. Das kam auch in den Fragen. Wo sind denn die versteckten? Die versteckten Lautsprecher sind hier in diesem Bereich. Das heißt, die strahlen nach hinten ab. Das heißt, das erklärt auch relativ schnell, warum teilweise der Sound in der zweiten Reihe ein bisschen besser ist. Und ja, ist natürlich auch schwierig zu sagen, wo packt man diese nach vorne hin. Es gibt, ist das ein Kleinwagen, ein Kompaktwagen, der hat die quasi hier aufgesetzt. Und die haben von der Software das so geregelt, dass das wirklich hier umhüllt. Hier ist es so, dass es wirklich leicht nach hinten abstrahlt. Man hat auch hier noch Lautsprecher über sich. Aber ja, es ist ein bisschen komisch, dass man hinten einen leicht besseren Klang hat. Gehen wir einfach mal so die Sachen durch. Sandstorm war ganz ordentlich, hat ganz ordentlich gescheppert. Klingt jetzt falsch, aber da war schon ordentlich was da. Beat Hotel war nicht so. Also war irgendwie enttäuschend. Aber ich glaube, das hängt wirklich stark mit der Quelle zusammen. Wenn man hier Looseless reinbekommt, dann wird es wahrscheinlich besser. Phantom Agony war aber trotzdem gut. Also insgesamt würde ich dieses System als Surround Sound fokussiert darstellen. Das heißt, man hat eine durch diese hoch, beziehungsweise genau auf Ohrenhöhe platzierten Lautsprecher, einen sehr starken Fokus auf den Surround Sound. Keinen zu starken Fokus auf irgendwie Bässe oder Höhen, sondern wirklich auf diese Kompletterfüllung des Raums. Und da sind auch die Lautsprecher dementsprechend so platziert. Also viele, eigentlich die einzigen, die ich wirklich sehe, sind mindestens auf Brusthöhe und die meisten sind auf Kopfhöhe. Das heißt, der Surround Sound Fokus ist ganz klar da. Dann die nächsten, da war nichts groß Überraschendes. Das Herr der Ringe Lied war das erste Mal, dass ich dachte, wow, okay, das ist so ein bisschen. Das war wieder so ein bisschen wie Kinofeeling. Leila war erst im Mittelteil wirklich tippitoppi unterwegs. Und dann kommen wir in die Bereiche, wo ein bisschen mehr Volumen da war. Das heißt, Bon Jovi war dann schon wieder so, okay, jetzt kommt so ein bisschen was. Und dann die zwei Hip-Hop-Lieder. Da haben auch die Shaker dann richtig, also da braucht man kein Massagesitz mehr, ganz ehrlich. Weil der Rücken wird massiert, dann wird von den Bässen nochmal der Rest irgendwie massiert. Da war richtig Druck da. Das hat richtig schön geklungen. Skyfall war auch wieder sehr schön so kinomäßig. Also man merkt einfach, die zwei Kinolieder, die da drin sind, die hatten wirklich so das Gefühl, okay, wo ist jetzt der Film? Also die waren richtig ordentlich. Indie R-T9 war nicht so. Und dann das Duett, das Neue, war auch ordentlich. Und insbesondere die 1, 2, 3, 4, 9, die ja stark den Bassfokus hatten, die waren hier auch wieder sehr ordentlich. Insbesondere der Retro-Wunsch, türlich, türlich. Der mir auch wieder so ein kleines lachendes Auge, so lachend weinendes Auge reingetrieben hat. Und das war sehr ordentlich, sehr schön. Insgesamt würde ich sagen, ich würde es auf jeden Fall, also ich würde es auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt, und ich glaube, das hängt sehr viel mit der Quellenrestriktion zusammen, unter den Möglichkeiten. Wenn man hier mit dem USB-Stick reingehen würde, oder einfach schon, wenn ich sagen könnte, ich könnte vom Telefon direkt reingehen, wäre es einfach besser, weil die Streaming-Sachen sind ja hier quasi reglementiert. Ich habe zwar hier auch 5G, aber ich kann mir hier in der App einstellen, okay, ich möchte Spotify, ja, egal was mich das Datenvolumen kostet, gibt mir die beste Qualität. Und das kann ich hier eben nicht. Und das hat man gemerkt, da fehlt was. Und über die Bluetooth-Verbindung CarPlay fehlt ja sowieso ein bisschen was. Ich denke, da ist Luft nach oben und ich denke, es wird auch eines der besten Systeme sein, die wir in diesem Komplet haben werden. Aber jetzt für diesen Test hier und nicht zu Hause, wo ich alle Möglichkeiten habe, das auch komplett zu probieren, welche Medien gut funktionieren, fehlt leider etwas. Aber dieses voraufgespielte Klangerlebnis, das da drauf war, ist ordentlich. Also das wird quasi auch seitens BMW gesagt, der Händler soll sich quasi ein iX mit diesem Bose & Wilkins System in den Showroom reinstellen und dann die Leute sagen, ich weiß nicht, soll ich Hammer & Cardone nehmen oder soll ich Bose & Wilkins nehmen? Die sollen sich dann da reinsetzen, das kurz abspielen. Und ich denke, viele, die sich dann für das Höhere interessieren, werden aufgrund dessen das Höhere wählen. Und das ist auch definitiv kein falscher Move in die Richtung. Das Hammer & Cardone wird definitiv auch nicht schlecht sein, denn das hat auch zwei Woofah unter der zweiten Sitzreihe. Und das hat auch die Kopfstützen-Lautsprecher, allerdings nur in der zweiten Reihe, was ich nicht so ganz verstehe. Also das Hammer & Cardone-Soundsystem legt den Fokus eher auf den Fond. Das heißt, wenn man eher was für sich und nicht für die Kinder oder die Passagiere tun möchte, dann muss man das Bose & Wilkins Soundsystem nehmen. Und auf Basis jetzt nur dieses, also von der Playlist her, von den Möglichkeiten, von den Quellen, die wir haben, würde ich sagen, es ist gut. Es ist nicht so gut wie das andere 4D-Soundsystem. Da ist ein deutlicher Abstand und das hängt mit den Quellen zusammen. Basierend auf dem Sounderlebnis, was BMW hier quasi implementiert, auf der Festplatte drin hat, würde ich sagen, es ist Poco. So, Poco hinter dem anderen 4D-Soundsystem mit dezenten Unterschieden in einzelnen Sachen. Ich finde hier die Shaker besser, ich finde hier den Surround, na okay, nicht besser, ich finde hier die Shaker besser. Der Surround-Sound ist nur für sich genommen extrem gut und wir haben so eine ganz klare Mittellinie. Dann haben wir verschiedene Klangprofile hier. Einmal für den Vor, selbst erklären, Fokus auf den Vor und dadurch, dass viele Lautsprecher in Richtung Vor strahlen, ist das auch da mit am besten. On-State habe ich jetzt genutzt, das ist das faszinierende Klangerlebnis inmitten der Musik. Hat für mich den besten Surround-Sound-Effekt gehabt. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Effekt, es ist ja wirklich ein Surround-Sound. Und dann gehen wir weiter auf Konzert. Das soll wie den Konzertsaal, ist jetzt natürlich die Frage, welchen Konzertsaal. Kann jetzt natürlich sein, dass bei Boris und Milkins auch einen anderen Konzertsaal schon hat, in Göteborg. Dass es der ist, ich glaube es aber nicht, dass es der ist, denn der klingt ein bisschen anders. War für die Akustik-Sachen besser. Und dann Studio, purer Musikgenuss wie im Tonstudio. Ja, ist ein eher ruhigeres Klangerlebnis für, ich sage mal insbesondere so, die Podcast-Richtung. Denn, ganz wichtig, eines dieser vier Klangprofile ist immer aktiv. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ich nehme keines davon. Und Studio fände ich jetzt für längere Fahrten mit langen Zuhören am besten. In diesem Sinne, meine ganz klare Kaufempfehlung. Aber auch der Hinweis, dass es eventuell enttäuschend sein kann, wenn man nicht die richtige Quelle nimmt. Enttäuschend im Sinne von, man hat gefühlt zu viel Geld dafür bezahlt. Und wer das so ein bisschen scheut, dann auf jeden Fall nur Richtung Harman Kardon gehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.